Ja, heilig, hallo ihr Lieben, wir sind hier in World of Warcraft Dragonflight in der Version 10.1.7 in den Zaraleck-Höhlen auf den Dracheninseln. Hier Zaraleck-Höhle, hier oben in der Ecke sind wir beim Ebysian mit der Quest Einflüstern an Sabelian. Sprech mit Sabelian, Amjara, Dienangriff, 14 Gold, 4 Silber, 50 Kupfer, Flugsteine, Walderacken, Abkommen, Ruf und wir nehmen die Quest an. Hier ist Exodia, ne Exadia, ist hier auch Sabelian irgendwo? Hier, da ist er doch, der Sabelian. Also, Exodia, ne Exadria, so, also, Ebysian will mit euch sprechen. Na, doch mal gucken. Die Schatten muss ich mit einer Lektion rechnen. Im Gegenteil. Wir alle sind Aberlos ausgewichen. Doch es ist Zeit. Bleibt mir eure Kraft, Sabelian. Aberlos, ihr glaubt, Glutal ist des Blutes meiner Drachenwürdig? Es ist kein Geheimnis, dass ihr das Vermächtnis des Erdwächters in Aberlos aufdenken wollt. Wenn ihr seine Verteidigung durchbrechen wollt, warum nicht jetzt gleich? Gemeinsam mit Verbündeten? Gut. Wir werden da sein. So. Und nach der Unterhaltung können wir jetzt die Quest Einflüstern an Sabelian abgeben. 14 Gold, 4 Silber, 50 Kupfer, die Flugsteine, der Ruf. Und damit ist die Quest auch beendet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet gerne wieder ein. Lasst gerne Like und Abo da. Schaltet auch gerne mal auf meinen Twitch-Kanal. Ist verlinkt hier im YouTube-Kanal. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.